Hallo? Moment, ich komme. Mach sofort die Tür auf. Ja, Moment. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Du lässt den Laden alleine, die Kasse steht da. Hallo? Und du hast mich angelogen. Ich dachte, du gehst nicht mehr Sonne. Du siehst unmöglich aus. Nee, sowas brauchen wir hier nicht. Nimm deine Sachen und geh. Ja, aber ich muss mich doch erst anziehen. Nee, nee, hab ich keine Lust. Geh, hab ich keine Lust drauf. Was ist das denn? Ja, wie, was ist das denn? Das ist das letzte Mal, dass ich hier war. Ja, schön.